Und das Internet. Hallo, bist du schön? Ja, ja, ich spiel schön. So eine Art Scrabble ist es. Guck mal, meine Hände sind viel besser geworden. Das ist doch Wahnsinn, oder? Alles. Alles, was es gibt, also die hier drin sind. Wir reden gerade über das Internet und wie man das irgendwie anschließen kann an das Smartphone. Vielleicht kann man da einen Stecker rein oder so von der Antenne runter oder so. Bestimmt, das ist die Kaffeekanne von meiner Urgroßmutter. Ur-Ur-Urgroßmutter. Naja, und das ist meine Tochter, das ist mein Bruder, mein Freund, und das bin ich, und das ist meine Haut. Da kann ich stimmig alles hören. Wahnsinn. Ja. Soll ich noch ein Lied singen? Ach nee, lieber nicht. Da ist natürlich auch sowas dabei.